Teil 3 der Exkursion für Exkursionen. Welcome to the German speaking part of Europe. Ich bin hier in St. Stephan in Tiefenkastel. In der Gegnerreformation war Tiefenkastel ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Kapuziner. Ein Orden, welcher sich sehr intensiv um die Bevölkerung angenommen hat. Ganz im Gegensatz, ganz anders als zum Beispiel die Benediktiner bei uns in diesem Tief. Das waren schon immer eher Intellektuelle. Und komisch ist, dass ich noch nie hier drin war, weil Pater Floriano, der Bresch, das habe ich damals schon gewusst, aber es hat mir nicht gepasst. Ich habe ihn jünger gemacht und ich habe ihn ja anreisen lassen über den Lukmanier. Tatsächlich war er aber schon hier in Tiefenkastel, kam also etwas später zu uns nach diesem Tief und hat dort eine ganz enorm wirkungsmächtige 25 Jahre verbracht. Und wie ich sagen würde, glaube ich, zeigen zu können, Lawina Nera 1 ausgelöst, ohne die es keine Lawina Nera gegeben hätte. Also gut, schnell weiter. Ich bin nicht für dieses Thema hier unterwegs. Im Namen des Erges, der Wut und des Heiligen Zor und es geht hin in Unruhe. Unruhe.